50 Gramm Eidelbeeren, 50 Gramm Himbeeren, 50 Gramm Johannisbeeren, 50 Gramm Erdbeeren, eine Wassermelone, 300 Gramm Schlägsahne, 50 Gramm Zucker, eine Prise gemahlene Vanille, 50 Gramm gehobelte Mandeln, 1 Beeren waschen und verlesen. Die obere und untere Seite der Wassermelone so gerade wie möglich abschneiden. Die gesamte Schale entfernen, dann die Seiten zu einer Tortenform zurechtschneiden. Die Wassermelone für 1-2 Stunden in den Kühlschrank stellen, 2 Schlagsahne mit Zucker und Vanille aufschlagen, die Melone auf einen Tortenteller oder Tortenständer setzen und die Seiten mit Küchenpapier abtupfen, dann die Schlagsahne mit einem Kuchenspatel, Klammer auf oder mit einem Messerklammer zu, an der Außenseite und auf der Oberseite verstreichen. Zum Schluss.